Moment mal, ein Tod. Keine Zeit. Oh. Ow. Ow. Hm. haben wir mal fix den aussichtspunkt was ist denn los nö, grad nicht wollen wir mal den aussichtspunkt jetzt fix so jetzt dann hier hoch zack dann machen wir das mal so zack zack Was ist das? die kneipe ich geh in die kneipe ich habe keine ahnung wie das funktioniert spielregen alle gesamt würfelspieler in zwei spieler gettet der spieler der null gesundheit zuerst null singen mit jeder stunde besteht aus drei phasen spieler werfen ihre würfeln mit verschiedenen effekten wie beispiel angriff blocken oder marken mit denen ihr göttersegnung und zweitens göttersegnung spielen ihre götter um eine göttersegnung drauf lösung phase du beginnst würfelfaser im anfang einer jeder runterwürfel dein gegner du abwechseln du kannst bis zu dreimal würfel nach dem würfeln wurf kannst du entscheiden welchen wurf du behalten welchen du erneut werfen willst würfelseite marken können götter richter ein schaden anrichter ein schaden an stieg dem gegner 1 erhalte blocken 1 blocken 1 und blocke 1 alles darüber und wo zu Wie viel zu behalten mit X und dann bestätigen. Auflösungsphase. Jeder bringt eine Null, eine Marke runter. Uff. Uff, uff, uff. Uff, 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 uff. Uff, 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 uff. Uff, 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 uff. Gut, gut. Ja. Kompliziert, kompliziert. Ja, ich hab ne Äxte. Uff, 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 uff. Uff, uff, uff. Uff, 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 uff. Ich hab ja kein Dings, ne? Uff, uff, uff. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Uff, uff, uff. 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 ich habe gewonnen das ist genug für heute ja muss wie immer eigentlich sehr schön das freut mich doch dann freut mich zu hören und wie geht's ollie der lässt sich auch kommen erblicken seitdem ja kenne ich kenne ich ja ja das ist immer doof ja stimmt schon so wie von lady edwin das ist nichts nächstes mal resident evil ist am montag also morgen morgen geht es weiter mit resident evil ja weil er lässt nicht jeden seins stimmt schon ja die drehbank denke morgen ja ich habe auch schon drei folgen auf youtube hochgeladen und